Hallo Leute und willkommen zurück zu The Night of the Rabbit. Ja, wir müssen jetzt hier mal zusehen und gucken, was hier der runde Knopf kann, damit wir mal den Kobold wieder zurückgewinnen, sozusagen. Was macht der Knopf denn jetzt? Oh. Oh, oh. Aber zwei Fliegen mit einer Klappe. Hätte sein mörderischer Plan funktioniert, besäße er das gesamte Gold. Die Niederträchte. Und der modisch überlegene Zylinder des Kobolds wäre nur noch Geschichte. Dieser Schof. Zum Glück war ich auf der Hu. Und der Hebel, kann man den benutzen? Okay, das war der Knopf und das macht der Hebel. Was macht der Hebel? Ich habe den Hebel jetzt mal benutzt, jetzt benutze ich nochmal den Knopf. Ah, jetzt geht es daneben. Ah. Ah. Tut mir leid. Tja. Ich glaube, ich habe den Rasen kaputt gemacht. Hm. Da baumeln Sandsäcke. Hm. Was sagt er denn jetzt dazu, dass der Klee weg ist? Hä, hä, hä. Erst wolltest du Wünsche und jetzt mein glitzerndes Gold? Hätte ich mir ja denken können. Und alles, was du tun musst, ist mir dein Leben zu geben. Hier auf der Bühne. Jerry war sofort fest entschlossen, eben dies zu tun. Ende. Das werde ich nicht tun. Aber Gold ist die stabilste Wertanlage, die es gibt. Hauch dein Leben auf. Was ist denn, wenn ich jetzt wieder den Hebel zurück mache und wieder den Knopf drücke? Kommt der Sack mit den Klee dann zu ihm runter? Ach. Oh. Oh nein. Mein Gold. Mein Gold. Hm. Geschafft. Jetzt kann ich an den Zylinder rankommen. Ha. Jerrys mörderische Falle schnappt zu und er stiehlt den viel schöneren Zylinder des armen Kobolds. Ich will doch nur den Zettel wegmachen. Dreckiger Dieb. Ach, egal. Genau, ignori einfach das blöde Volk hier. Die sind ja auch gar nicht sie selber. Das sind ja eigentlich die netten Mauswalder. Aber die sind halt alle jetzt vom Zar auf betüdelt worden. So. Hut. Mein armes Gold. Mein Gold. Mein. So, Zettel weg. Nur wertlose Plastikdubletten? Verdammt. Bei allen verrotzten Rotznasen, aller heulenden Küsten, Benchies. Das ist doch Jerry, der junge Klempner. Es scheint, als hättest du mich aus meinem Wahn befreit. Mein Jung, ich bin dir zu großem Dank verpflichtet. Wen muss ich in ein Schaf verwandeln, um diesem Irrsinn ein Ende zu setzen? Nein, 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 nein. Sie müssen mir helfen, den Nagel zu entfernen. Okay, mein Jung, ein O'Donnell ist niemandem gern was schuldig. Dieser Wunsch geht aufs Haus. Hagel, Regen und Nebelschwaben. Danke, Mr. O'Donnell. Der Bann über mich ist gebrochen. Ich kehre heim. Ein O'Donnell ist für die Freiheit geboren. Merk dir das, du hässlicher Muschelhocker. Ja, das hat doch ganz gut geklappt. Hatte ich zwar anders geplant, aber Hauptsache es klappt. Eigentlich dachte ich, er entfernt das jetzt für mich. Aber nein, er hat mir eine kleine Regenbogenbrücke gebaut. Und jetzt komme ich ran. Juhu. Ja, das war's, Sarov. Ja, noch eine dritte Episode oder ein dritter Akt. Das Land der Vulkane, scharfen Schwerter und menschenfressenden Fuchsgeister. Was für ein schöner Ort zum Scheitern, lachte sich Jerry. Gib endlich auf, du Armleuchter! Hey! Ich bin ein Fuchs, ich schwöre es. Kizune! Du bist gefangen im Körper eines Menschen. Keine Maske kann das verbergen, Kizune. Aber... Menschen und Füchse können niemals Freunde sein. Aber wenn ein Mensch einen Fuchs akzeptiert, wie er ist, zählt das nicht? Auch wenn das wirklich so wäre, warum verwandelst du dich nicht zurück? Ich... Ich... Ich hab's probiert, mich zurückzuverwandeln. Es... Es klappt einfach nicht. Du magst es dir wünschen, ein Fuchs zu sein. Aber dein Herz hat sich verirrt. Ich werde deine Ohren schützen vor den Verwirrungen durch die Menschen. Bitte hilf mir. Ich werde dich vom Menschsein heilen. Oder dich als Mensch verschlingen. Arme Kizune. Wir werden ihr natürlich versuchen zu helfen. Kizune! Sie hört mich nicht. Ein Mensch und ein Fuchs können keine Freunde sein. Es gibt nichts, das sie und uns verbindet. Es darf nichts geben. Und selbst wenn, wir würden ihnen doch nur das Herz brechen. Ein Biss in ihr Fleisch oder ihre Seele. Das ist das Einzige, das uns mit ihnen vereinen darf. Ja, ja, ja. Wieder so ein Nagel. Ein völlig unwichtiger Gegenstand. Ach, hör endlich auf. Meine Mama sagt immer, wer zweimal auf dieselbe Lüge hereinfällt, ist selber schuld. Der Wächter ist im Weg. Fass du den Nagel an. Beiße ich dir den Kopf ab. Ich bleib besser auf Abstand. Noch mehr von den Dingern. Ich nehm die mal ab. Ich rieche einen Menschen. Meine Augen mögen blind sein, doch meine Nase täuscht mich nie. Wir Füchse sind gefährliche Tiere. Oh Mann, Kitsune klingt richtig gefährlich. Ich guck mal wieder in unser Skript. Mal gucken, was das Skript denn eigentlich für uns vorgesehen hat. Toll, ein neues Skript. Im Bann des Zaroff. Dritter Akt. Der kleine Jerry ließ nicht locker. Unaufhörlich ging er den Füchsen auf die Nerven. Bis sie genug von dem unreifen Jungen hatten und ihn mit Haut und Haaren verschlangen. Auf. Das wollen wir natürlich nicht. Was macht denn die Glocke? Und wie? Hm. Ich schau mich mal wieder hier ein bisschen um. Also wir haben eine Glocke, wir haben das Skript. Ist denn wieder irgendwas? Ein Schalter oder so? Das hatten wir jetzt schon zweimal. Mal diese Augen. Die einen hier so angucken. Ähm. Ja. Kitsune. Zara Flyer. Ach, die Mucke alleine. Echt diese Musik im Hintergrund. Alles so die Musik, die wir kennen, aber alles immer so verzerrt und komisch. Glocke. Also lauter. Wie wär's denn mit Kitsunes Glöckchen? Vielleicht reagiert sie da drauf. Törichter Junge. Ich kann riechen, was du vorhast. Doch sie hört dich nicht. Sie ist mein. Sie ist sein. Kann mir aber vorstellen, dass wir am Ende mit dem Glöckchen sie wach kriegen. Aber wir müssen halt erstmal ihn loswerden. Kann ich damit da draufhauen? Besser nicht. Mit dem anderen? Besser nicht. Hm. Kann ich mit dem Frosch? Das klappt. Ach, aber vielleicht kann ich mit dem Tonträger den Tonen auffangen von der Glocke. Mal sehen, was passiert, wenn ich das Ding an die Glocke halte. Dann fängt er den Ton auf. Ah. Jetzt ist sie nämlich frei. Und jetzt kann ich nämlich kurz auf Kitsune ihr Glöckchen machen und sie wieder wach kriegen, oder? Genau. Ich hoffe, dass sie sich an ihre Glocke erinnert. Oh. Kitsune! J-Jerry? Du willst mir meine letzten Sinne rauben, Mensch? Ich werde alle Menschen dafür leiden lassen. Auch deine kleine Kitsune. Ich bin ein Fuchs. Ich schwöre es. Du magst es dir wünschen, ein Fuchs zu sein, aber dein Herz hat sich verirrt. Ich werde deine Ohren schützen vor den Verwirrungen durch die Menschen. Jerry! Schnell, Kitsune! Lauf weg! Du gehörst zu uns. Nein! Ich werde immer ein Fuchs sein, Jerry. Entschuldigt, Leute. Ich wurde gerade angerufen. Und Jerrys Tonträger zersprang in Rosa. Super! Der Tonträger ist zersprungen! Aber ich glaube, es ist egal, dass ich angerufen wurde, weil die Sequenz hier so lange ging. Merke ich gerade. Wir haben die ganze Zeit geredet währenddessen und jetzt habe ich schnell Bescheid gesagt, dass ich in der Aufnahme bin. Ist ja auch egal. So. Jetzt habe ich nur leider nicht gehört, was sie gesagt hat. Er hält sie halt fest, denke ich mir gerade. Und deswegen müssen wir ihn irgendwie loswerden. Kitsune! Geht es dir gut? Jerry, ich... Menschen und Füchse können... Aber wenn ein Mensch einen Fuchs akzeptiert, wie er ist, zählt das nicht? Du magst es dir. Ich will... Oder... Kitsune! Hör nicht auf ihn! Er ist nicht er selbst! Er wird dich für immer festhalten! Jerry, warum gehst du nicht einfach? Ich werde immer ein Fuchs bleiben! Ich weiß! Und das ist gut so! Du bist du! Du bist ein Fuchs! Ich bin... Ich bin ein Fuchs! Füchse kämpfen! Hä? Huch! Also habe ich das doch noch nicht gemacht. Sorry! Ich bin... Kleine Kitsune! Ich bin... Ich bin nur ein blinder Wächter. Doch mein Verstand... sieht wieder klar. Ich muss dir danken, Mensch. Sei ihr ein Freund. Ach, ich dachte, ich hätte das jetzt schon gemacht und nur nicht gehört wegen gerade ihm. Tut mir leid, also ich wollte das Gespräch nicht überspringen. Das war jetzt Zufall. Ich hab ja eigentlich gar nichts gemacht. Ich hab ja nur draufgeklickt. Freundschaft entfernt den Nagel? Das glaubt doch keiner. Naja, der dritte Nagel ist weg. Einfacher als gedacht. Ich dachte, ich müsste halt jetzt noch was dafür tun, dass er sie freilässt. Aber es hat sie ganz alleine geschafft. Na nü, wo sind wir denn jetzt? Sind wir in diesem Eisland, wo der Wal auch gekommen ist? Wo bin ich jetzt? Überall Eis und Wasser. So weit das Auge reicht. Der Wind ist so kalt. Vor lauter Freude darüber, wieder an einem der schönsten Flecken der Erde Urlaub machen zu können. Urlaub? riss sich der Junge jauchzend die Kleider vom Leib und sprang in das eisklare Wasser. Jerry on the rocks. Langsam kriege ich das Gefühl, sie mögen mich nicht besonders. Herr Haselnuss, ich muss Sie doch sehr bitten. Das einzige, was mir am Herzen liegt, ist die Kunst. Aber du hältst dich nicht ans Bruch. Ja, entschuldigen Sie, bitte. Ich werde mich mehr bemühen. Das will ich doch hoffen, du nichtsnutziger Amateur. Wo waren wir? Der mächtige Pol war es, brach hinter Jerry durchs Eis. Und mit mächtiger Stimme sprach er, Du hast dich tapfer geschlagen. Bist bis zum Rand des ewigen Eises vorgedrungen. Doch der Kälte kannst du nicht standhalten. Lass dich mit mir in die kalte Dunkelheit unter dem Eis gleiten. Okay, also der Wal, der ist auch im Bann des Zaroff. Das ist das Auge des Polwalds. Es sieht traurig aus. Jerry bot ja auch einen traurigen Anblick. Nein, es liegt an den Postern. Es wirkt, als würde er mich beobachten. Ein Weihnachtsbaum. An Weihnachten backt Mama immer leckere Vanilleplätzchen. Die Sehnsucht des kleinen Jungen nach trockenem Backwerk war kaum auszuhalten. Schmerzlich erinnerte es ihn daran, dass er seine Mutter niemals wieder in die Arme schließen würde. Oh. Wie gemein! Mit dem Bann und so ist okay, aber die Mutter ins Spiel zu bringen widerlich. Ruhe! Vielleicht geht es mir besser, wenn ich den Baum abschmücke. Mhm. Okay. Eine riesen Zuckerstange. Jerry konnte nicht widerstehen. Er musste einmal daran lecken. Sie wollen doch nur, dass meine Zunge festfriert. Genau. Endlich hast du mal das Skript gelesen. Na dann mal los! Nee, ich hebe mir die Stange für später auf. Der Junge ist einfach zu schlau für dich. Ruhe! Ja, was steht denn eigentlich im Skript? Super! Äh, ein neues Skript. Das Magnum Opus des Großartigens. Ein literarischer Geniestreich höchster Güte. Sie waren aus. Der Titel lautet Im Bann des Zaroff. Vierter und letzter Akt. Ein Meisterwerk der Simplizität. Jerry war am Nordpol. Es war kalt. Er fror. Als wäre man wirklich da. So, so authentisch. Jerry wurde eingeschneit und tiefgefroren. Alle waren glücklich darüber. Der Polwal sang vor Freude? Was für ein schönes Ende. So tragisch. Ja, ich möchte dem Wal jetzt helfen. An den Nagel komme ich nicht ran. Ich komme noch nicht ran. Nee, das... Auf keinen Fall schwimme ich durch das eiskalte Wasser. Der Nagel. Hören Sie einfach auf. Ich weiß, dass dieser Nagel weg muss. Er ist böse. Genau wie Sie. Aber... Nein, ich will nichts hören. Der Nagel muss weg. Jetzt hören Sie mal zu, Herr... Jerry. Der Nagel muss weg. Basta. Ja, Mann. Jerry, gib sie ihm. Woo, Jerry. Hohe. Finde ich gut. Ähm... Nein, der Nagel muss weg. Nein. Ist mir egal. Ich höre dir nicht zu. Der Nagel muss weg. Tja. Ähm... Was haben wir denn hier so überhaupt schönes Ozean? Eisschollen und Wasser, soweit das Auge reicht. Jerry war fasziniert von der ewigen Kälte der arktischen See. Wuh, wuh, wuh. Allein der Anblick der eisigen Wogen genügte schon, um Jerry sehr zitternd zu lassen. Wuh, 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 wuh. Ich weiß immer nicht, ob ich zu ungeduldig bin, manchmal, auch bei solchen Spielen, aber manchmal stört mich das, dass ich mich einfach nur umschauen will und zu allem, was ich anklicke, dann erst mal so lange Kommentare kommen, sodass da drauf immer gleich dann so was langes folgt, wo ich die ganze Zeit wieder zuhören muss, wenn ich halt gerade eigentlich so ein bisschen aktiv werden will. Aber vielleicht kommt auch nur mir das so vor. So, ich hab jetzt... Was hab ich denn überhaupt? Eine Lichterkette, eine Zuckerstange, die Nägel halt. Hm. Hier ist so ein Strick oder Seil, aber das bringt mir, glaube ich, nichts. Bringt mir das mit dem Weihnachtsbaum denn jetzt noch was? Jetzt sieht er etwas verloren aus. Ganz nackt und allein. Mitten auf dem Ozean. Ja, okay. Aber trotzdem komme ich nicht daran. Was muss ich denn tun? Irgendwie, naja, so Feuer machen oder so, das kriege ich eh nicht hin und dann würde ja auch alles schmelzen, das wäre ja auch doof. Kann ich mir irgendwie so eine Art Brücke bauen vielleicht? Zuckerschocks bringen mich da nicht weiter. Wie kam die Wissenschaftlerin eigentlich darauf, dass sowas Wala anlocken würde? Jerry hielt die Lichterkette in die Höhe. Lichterkette? Wieso die Zuckerstange? Ich hab doch die Zuckerstange in der Hand und nicht die Lichterkette. Und gleich sprang der Polwal Meter hoch aus dem Wasser und begrub den Jungen unter seinen gewaltigen Kiemen. Kiemen? Wale sind Säugetiere. Ha! Wie peinlich! Okay, dann versuche ich es eben mal damit. Wie kam die Wissenschaftler? Jerry! Und gleich Kiemen? Ja, okay. Dann vielleicht so. Hm, nein. Aber das kombinieren. Und dann rüberwerfen und den Nagel rüberziehen. Hui, jetzt habe ich eine weihnachtliche Angel. Och, so angelt bestimmt der Weihnachtsmann. Das werde ich aber ausprobieren, das rüberzuwerfen, als Anker zu benutzen im nächsten Part, sonst wird der hier zu lang. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Und ja, tschüss! Das war's. Tschüss! Farah an! Vielen Dank.